Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack, in der wir heute eine super coole Raketenfarm bauen wollen, die uns hoffentlich automatisiert mit Raketen versorgt. Wie ihr wisst, verbrauche ich doch manchmal gerne die ein oder andere Rakete, meist auch ziemlich sinnlos und deswegen will ich diese nicht mehr teuer bei Spark, Klim im Shop kaufen, sondern mir jetzt selber welche Farmen. Dazu hatten wir in den vergangenen Folgen schon einiges vorbereitet, der eine oder andere hat es gesehen, wir haben eine Zuckerrohrfarm, also eine Papierfarm gebaut, mit der wir letzten Endes schon mal die erste Hälfte für die Raketen vorbereiten können und heute soll die zweite Hälfte ergänzt werden, und zwar die Gunpowderfarm, das wir von Creepern Schwarzpulver bekommen, was wir hier verwenden können. Bevor wir damit starten und wir hier in die Folge reinhüpfen, möchte ich euch ja immer noch kurz updaten, was in der Farm bzw. hier bei uns in der Basis passiert ist, bevor wir mit der Farm weitermachen und ihr seht schon, wir haben hier einen ziemlich, ziemlich coolen Gangway gebaut, der sieht auch hier super cool aus, wenn man hier langläuft und ihr seht's, durch das Wasser, was hier drin ist, haben wir dafür gesorgt, dass wir so ein bisschen die Übergleitung gemacht haben zu unserem System, wo wir jetzt am Hydro-Loop bzw. Heiko-Loop, wie ihn auch andere nennen, angeschlossen sind. Man kann jetzt hier ganz einfach reinhüpfen, zack, und wir sind hier beim Hydro-Loop-System angeschlossen, können also so relativ einfach, ihr seht's, wenn wir hier jetzt durchgeschossen werden, mit dem Delfin-Boost von A nach B kommen und hier dieses wirklich super, super coole Hydro-Loop-Netz mitnutzen und somit auch ohne Raketen gut von A nach B kommen. Wir sind jetzt also hier angebunden, können hier jetzt relativ schnell durchreisen, andere können unsere Basis besuchen, wir machen dann hier so einen kleinen Stopp und sobald wir jetzt hier bei der linken Kammer angekommen sind, zack, werden wir nach oben transportiert, können jetzt hier den neuen Gang entlang hüpfen und wir sehen schon, dass der mit Wasser angedeutet ist. Und wir kommen dann letzten Endes hier bei uns am Mittelpunkt raus, wo wir jetzt die neuen Fahrstühle nutzen können, denn auch die haben wir seit dem letzten Mal ausgebaut. Ausgebaut heißt, dass wir jetzt hier mit den Fahrstühlen ganz einfach die ganzen Etagen nach oben kommen, bis wir hier bei der ersten Plateau-Ebene angelangen sind. Von hier sehen wir schon die neue Zuckerrohr-Farm, die wir gebaut haben in einem der letzten Streams und diese, wie gesagt, müssen wir noch anschließen und jetzt mit der Creeper-Farm kombinieren, dass wir eine Art automatische, zumindest von den Rohstoffen her, Raketen-Farm bauen können. Wir haben uns jetzt in unserem Fall für eine Variante entschieden, die mit Katzen funktioniert und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit der Grundplattform, die einen gewissen Shape haben muss, was und warum und wie, das seht ihr jetzt gleich. Der erste Bauabschnitt ist hier schon mal fehlgeschlagen und wir müssen jetzt ein bisschen umplanen. Ihr seht schon, wir befinden uns jetzt hier direkt unter unserer anderen Farm und wir brauchen, ich erkläre euch die Technik zu der Farm nachher, einen gewissen Mindestabstand hier, wo die Creeper nachher runterfallen können. Dieser muss mindestens zwei Blöcke betragen und wie ihr hier an der Seite erkennen könnt, muss die gerade Strecke hier mindestens, das sehen wir jetzt hier, insgesamt ein Block hier rüberragen, sodass wir hier eine Dreierdiagonale, die das Ganze verbindet, von ein, zwei, drei Blöcken haben. Das geht hier wunderbar auf, das geht auch hier noch auf, aber ihr seht hier, dadurch, dass wir hier keine Punktmitte haben, ihr seht es hier unten, sondern immer eine Vierermitte, also zwei mal zwei Blöcke, wird es hier vom Platz nicht aufgehen. Die Creeper könnten jetzt hier nicht optimal runterfallen und das wird an der einen oder anderen Stelle für Probleme sorgen. Das heißt, hier können wir die Farm nicht bauen, wir werden jetzt nochmal hingehen, das eine Ebene hier unten ansetzen und dann sozusagen von dem Niveau bis zu dem Niveau die Farm bauen. Das sollte von den Ebenen auch ausreichend sein und vom Platz auf jeden Fall. Das heißt, wir werden diese Ebene hier zwischen nochmal für was anderes benutzen. Ich ziehe das jetzt alles einmal hier unten ein und dann sehen wir uns gleich einmal die Technik an. Wie ihr gerade im Zeitraffer sehen konntet, haben wir hier wunderbar, wunderbar schön die Ebenen draufgezogen. Ich glaube, insgesamt sind es jetzt sieben Ebenen geworden, wo nachher die Creeper drauf spawnen können. Und da wir jetzt hier von der Höhe beschränkt sind, ist es auch die maximale Anzahl, die wir jetzt hier bei uns in der Basis sinnvoll verwenden. Ich habe zu diesem ganzen Thema schon mal ein Tutorial gemacht, das verlinke ich euch oben in der Infokarte und da könnt ihr das Ganze dann auch nochmal nachbauen. Nichtsdestotrotz möchte ich das gerne hier mal in den Videos erklären, damit wir hier auch ein paar interessante Informationen für vielleicht Minecraft Zuschauer haben, die sich nicht ganz so gut auskennen. Und was wir hier jetzt haben, sind genau sieben Ebenen mit zwei Blöcken Abstand, die genau übereinander platziert sind. Bevor wir jetzt hier auf die Farm im Speziellen eingehen, nochmal ein, zwei Worte zum Funktionieren einer normalen Farm, einer Mob-Farm in Minecraft. Diese funktioniert grundsätzlich so, dass um einen Spieler herum, also hier sozusagen im Kreis um einen Spieler herum, wie eine Kugel kann man sich das vorstellen, zwischen ungefähr 30 bis 128 Blöcke Mobs spawnen. Wenn ihr also jetzt so eine Farm unter der Erde baut, dann spawnen die ganzen Mobs auch in Höhlen und es spawnen nicht so viele Monster bei euch in der Farm. Damit wir bei uns die Effizienz hier steigern, haben wir uns dafür entschieden, diese Farm höher im Himmel zu bauen. Das heißt, wenn wir oben bei uns auf dem Turm AFK'n, können die Monster nicht in den Höhlen spawnen, weil die zu weit unten sind, sondern nur ausschließlich hier bei uns in der Farm. Und dadurch werden wir mit dieser Creeper-Farm eine relativ hohe Effizienz gewinnen. Das zeige ich euch nachher nochmal mit dem Kamera-Account. Das ist das grundsätzliche Prinzip bei allen Mob-Farmen und jetzt gehen wir nochmal kurz hier bei uns im Speziellen zu dieser Farm drauf ein, denn die hat auch noch ein paar besondere Einheiten. Ihr seht, wir haben hier eine Höhe von zwei Blöcken und wenn man jetzt hier spawnt, beziehungsweise die Lichter entfernen würde, würden hier alle möglichen Monsters spawnen. Das sind Spinnen, das sind Zombies, das sind Creeper natürlich, Skelette, aber all diese Mobs wollen wir nicht haben. Wir wollen explizit natürlich nur die Creeper-Farm und dafür machen wir uns einen ganz besonderen Trick zunutze. Die erste Hälfte des Tricks könnt ihr hier schon sehen, beziehungsweise hier am Teppich erahnen und diesen zeige ich euch erstmal. Und zwar ist es so, dass wenn man einen Teppichblock hier auf den Boden setzt, keinerlei Monster mehr unter, beziehungsweise auf diesem spawnen können. Das hat jetzt für uns genau den Vorteil, dass wir quasi ziemlich, ziemlich genau jetzt das Bodenmuster so auslegen, dass hier keinerlei Spinnen mehr spawnen können. Das heißt, wir haben jetzt hier mit dieser Technik, die wir hier anwenden, schon mal verhindert, dass hier irgendwelche Spinnen in der Farm spawnen können. Und jetzt müssen wir verhindern, dass hier noch andere Mobs außer die Creeper drin spawnen und das machen wir ganz einfach, indem wir hier nachher uns Trapdoors nehmen und diese unter die Decke platzieren, dass hier genau nur noch von der Höhe für den Creeper Platz ist. Alle Mobs haben, wie gesagt, eine unterschiedliche Höhe. Die Creeper sind ein bisschen niedriger als zwei Blöcke, die Zombies und die Skelette ziemlich genau zwei Blöcke. Und wenn wir jetzt hier noch eine Trapdoor an der Decke platzieren, dann schauen wir uns das nachher nochmal an, dann können hier mit diesem Bodenmuster ausschließlich Creeper in der Farm spawnen. Die nächste Mechanik, die wir hier zunutze machen, ist die, dass wir hier eine Lücke haben und hier gerade mit Teppich noch was auslegen. Das ist, wie gesagt, erstmal dazu da, dass hier nichts spawnt. Und wir werden uns jetzt gleich nochmal Trapdoors nehmen und ich erkläre euch dann, wie wir dafür sorgen, dass die Creeper, die hier nachher drinnen spawnen, auch nach unten fallen. Das schauen wir uns dann im nächsten Abschnitt an. Die Ebenen sind jetzt hier alle eingezogen und vorbereitet. Ihr konntet es auch gerade im Zeitraffer sehen. Und zwar haben wir jetzt die nächste wichtige Mechanik unserer Creeper-Farm hier mit eingebaut. Es ist so, dass die Creeper natürlich nicht freiwillig in so ein Loch reinfallen würden. Und damit das Ganze hier besser funktioniert und die Creeper hier in das Loch reinfallen, gibt es einen alten Trick, den man auch in vielen anderen Mob-Farmen benutzt. Und zwar erkennen Creeper und auch andere Mobs in Minecraft eine Trapdoor, wenn sie zugeklappt ist, diese als vollen Block. Das heißt, sie denken, dass sie hier zum Beispiel drüber laufen können. Die denken einfach, dass da volle Blöcke wären, so als wenn wir da jetzt zwei Cobblestone-Blöcke reinsetzen würden. Und wenn wir das auf beiden Seiten machen, hier eine Lücke machen, dann ist es so, dass die Creeper hier einfach entlangfallen würden, bis sie entsprechend unten angekommen sind. Und so hat man dann ganz, ganz einfach Löcher gemacht, in die die Creeper hier reinfallen würden. Was natürlich jetzt ein bisschen problematisch wird, in Anführungszeichen, ist die Tatsache, dass die Creeper natürlich nicht einfach so hier runtergehen. Weil man nah genug an den Mobs dran ist, bewegen diese sich auch zufällig, könnten dann hier runterfallen. Wenn wir aber ein bisschen zu weit weg sind, dann ist es so, dass die Mobs hier einfach auf der Stelle stehen bleiben. Das kennt ihr ja bestimmt, wenn die Mobs in weiter Entfernung sind. Um das Problem zu lösen, müssen wir dafür sorgen, dass die Creeper hier freiwillig runterlaufen. Und wie ihr wisst, gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt Wasser und lässt die hier zur Seite treiben, dass sie runterfallen. Das geht nicht, wir haben hier Teppiche verwendet. Das würde hier nicht so ganz Sinn machen. Da haben wir uns dagegen entschieden. Aber es gibt noch eine zweite Methode. Und zwar haben Creeper panische Angst, wirklich panische Angst vor den bösen Katzen. Und genau deshalb werden wir jetzt hier in die Mitte, das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet, Katzen platzieren. Und diese werden jetzt dann hier nachher mit dem Minecart reingesetzt. Und sobald ein Creeper spawnt, rennt er weg, bekommt Panik, läuft hier sozusagen auf die Lücke zu, denkt, er kann hier vorne hinlaufen auf diesem Block. Und fällt dann letzten Endes hier, man muss es so sagen, wie es ist, in seinen Tod hinein. Und dann hat man den Creeper gefarmt. Den Auffangmechanismus gibt es dann, wie gesagt, zu einer späteren Stelle. Das heißt für uns, wir müssen jetzt für sieben Ebenen sieben Katzen besorgen. Das wird nochmal spaßig, die in Minecarts platzieren. Und bei der ersten dürft ihr mich jetzt hier begleiten. Tja, da hatten wir wohl Glück gehabt. Die Katze hat sich hier irgendwie im Nässe verfangen. Die hatten wir gar nicht gesucht gehabt eigentlich. Wir waren auf der Suche aktuell nach Fisch, um die zu zähmen. Und hier haben wir jetzt einfach eine liebe kleine Katze gefunden. Ja moin. Die wir hier einfach eigentlich mitnehmen wollten. Die wir hier eigentlich mit... Nein! Die wir hier zähmen wollten, damit wir die hier bei uns mitnehmen. Katze. Komm, sein liebes Kätzchen. Komm hierhin. Nicht abhauen. Ha, perfekt. Guckt mal Leute, das ging ja einfach hier. Haben wir die erste Hauskatze schon mitgenommen? So einfach ist es. Und jetzt, ja, in die Lava lassen wir sie mal nicht reingehen. Und ich glaube, die teleportieren sich hoffentlich wie die anderen Fischal-Mille mit. Und dann werden wir die hoffentlich hier bei uns relativ schnell beim Barad-Duo platzieren können, dass sie an ihre Position kommt. Das Ganze müssen wir, wie gesagt, siebenmal an der Zahl machen, damit wir es für alle Ebenen haben. Und ich werde die jetzt erstmal in einen Minecart buxieren, damit wir die auch fest am Ort haben, dass sie da nicht wild nach A, nach B laufen und uns hier die ganze Farm nachher kaputt machen. Oder eventuell, das könnte auch ein Schutzmechanismus hier des Servers sein, despawnen. So. Wo ist denn jetzt die Katze, Leute? Wo ist die Katze? Jetzt bin ich gerade irritiert. Mietz, 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 Mietz. Katze. Wo bist du? Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich glaube, wir müssen mal nach der Katze gucken. Nicht, dass sie auf dem Weg irgendwo hier verloren gegangen ist. Ja, ihr habt es gerade gehört. Miau, Miau macht die böse Katze. Die ist tatsächlich hier, an der Stelle, wo wir auch losgeflogen sind. Ich bin immer ganz ehrlich davon ausgegangen, dass die Katzen wie die Hunde hinter sich einem her teleportieren. Sieht aber nicht so aus. Ich hätte echt gedacht, dass das hier treue Begleiter sind, die hier irgendwie hinterher kommen. Aber anscheinend tippelt die einem nur hinterher. Keine Ahnung, was das hier soll, böse, böse Katze. Jetzt kommen wir mit. Jetzt müssen wir uns jetzt... Hä? Jetzt hat sie sich teleportiert. Okay, gerade nicht verrückt. Dann gehen wir einfach mal hier entlang und gucken mal, dass wir nicht zu sehr fliegen, sondern hier Stück für Stück hier mit hinterher kommen. Hopp, hopp, kleines Kätzchen. Und dann bringen wir sie mal nach Hause, dass sie gleich an ihren neuen Arbeitsplatz hier ankommen kann. So, wir haben jetzt die süße kleine Katze hier eingefangen. Die sitzt jetzt hier bei uns mit im Boot. Und jetzt können wir sie mit nach Hause nehmen. Schlauer ist es natürlich, wenn man die Katzen sich paaren lässt. Das machen wir auch, bevor wir siebenmal das Drama hier mit der Katze und der anderen Katze hier gleich wieder haben. Machen wir es so, dass wir zwei Katzen uns holen. Die erste ist hier schon mal mit an Boot, an Bord. Nicht am Boot, am Boot auch, aber an Bord. Und dann werden wir es so machen, dass wir die Katzen bei uns in der Basis paaren, bis wir mindestens sieben Stück haben. Das heißt, Katze Nummer Uno, zack, ist mit am Start. Komm mal mit, kleines, feines Kätzchen, komm. Komm, kitty, 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 hopp, 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 hopp. Wow, fast durch die Türzeihe, man schworren die arme Katze. Und dann kannst du dich mal neben meinem kleinen Hund, der Mia, setzen, sitz und auf deinen Kollegen warten, dass wir mit dir Kinder machen können. Ja, moin, zweite Katze haben wir gefunden. Und es schwimmt hier einfach noch eine Katze mitten im Meer rum. Kätzchen, was machst du hier? Wie, 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 wie viele Minecraft-Jahre schwimmst du schon? Hatte ich der, hatte ich der böse Klim, hat der böse Klim dich hier von der, von der Klippe runtergeschmissen? Nein, es reicht nicht, um die Katze zu zähmen. Okay, das ist doof, wartet mal. Dann, dann lass uns nochmal ein bisschen Fische holen und gucken, ob wir auch noch diese Katze hier mitten auf dem Meer irgendwie retten können. Auch wenn wir die nicht unbedingt gebrauchen. Okay, ich glaube, ich drehe langsam durch. Ich glaube, der, der Klim hat ganz, ganz viele Katzen von der Plattform runtergeschmissen. Guck mal, hier ist noch eine wilde Katze im Meer. Schon zwei wilde Katzen, die hier einfach ohne Sinn und Verstand rumschwimmen. Das ist nicht wirklich, nicht wirklich artgerechte Haltung, lieber Klim. Ich glaube, wir gucken mal, ob wir zumindest eine der beiden Katzen retten können. Das heißt, wir brauchen jetzt erst mal noch ein paar Fischis. Okay, ich glaube, ich drehe durch. Hier ist einfach noch eine wilde Katze, die rumläuft, ohne dass irgendwas in der Nähe ist. So langsam verliere ich den Verstand hier. Ich glaube, der Klim, der hat hier ganz, ganz viele über die Plattform geschubst von den ganzen Katzen, die hier jetzt hier überall in der Welt hier rumlaufen. Die, die, die Inversion der Katzen ist es, glaube ich, wenn man das mal so sagen kann. Ich glaube, da gegen diese Katzeninversion kommen wir nicht wirklich ankommen. Ich glaube, wir nehmen uns lieber die eine Katze, die wir gerade hatten. Jetzt musste ich mal gerade mein Boot finden. Wo hatten wir die, wo hatten wir das Boot abgestellt? Hier ist noch, hä, noch eine Katze, die hier rumschwimmt? Okay, jetzt, jetzt bin ich gerade lost. Okay, das ganze, das ganze Meer ist hier voll mit Katzen. Ich glaube, das ist, das ist mir zu wild. Ich glaube, da muss sich der Klim mal selber rumkümmern. Ich glaube, der muss mal auf Katzen retten Mission gehen. Wir nehmen uns unsere eine Katze mit und dann sollte das hoffentlich auch gewesen sein. Sieben Katzen sind jetzt bei uns hier in der Basis angekommen. Paaren konnte ich die komischerweise nicht. Ich habe mir die jetzt alle bei uns von unserer alten Basis und vom Klim von der Plattform geholt. Die erste ist schon oben und wir würden jetzt einfach mal das Jonaschen hier mitnehmen. So, setz dich mal hin, liebe Katze. Und einmal nehmen und die werden wir jetzt mal ganz einfach nach oben transportieren. Das hatte ich gerade schon ausprobiert. Die Katzen sind da doch ein wenig widerspenstig, nenne ich das mal. Und wir müssen jetzt die erste Katze hier erstmal nach oben bringen, ohne dass die hier irgendwie zu Schaden kommt. Das mit dem Teleportieren, ihr konntet das vorhin sehen, das klappt mal mehr, mal weniger gut. Gefühlt immer nur, weil man tatsächlich in der wirklich nächsten Nähe der Katze ist. Dann kommt die noch hinterher. Hier beim Wasserfahrstuhl hat es vorhin nicht funktioniert. Deswegen schicke ich die jetzt einfach mal hier mit dem Wasserfahrstuhl hoch. Zack, hier sitzt jetzt die liebe Katze. Und jetzt werden wir die einmal hier mit nach oben nehmen. Und dafür müssen wir uns jetzt einmal bis auf die oberste, beziehungsweise zweitoberste Ebene begeben. Denn dort platzieren wir die Katzen. Das heißt, wir gehen von unten nach oben vor. Ihr seht schon, die hat sich jetzt hier hoch teleportiert. Das klappt zufälligerweise ganz gut. Und jetzt, ja, gehen wir mal nicht auf die Ebene, sondern eine Ebene höher. Zack, zack, zack. Komm, Katzelein. Komm mal mit. Und, wow, ist sie jetzt hier runtergesprungen, die wilde Katze. Na, komm mal mit, Katze. Du musst hier auf die Ebene. Oben ist nämlich schon eine drüber. Komm. Katzi, komm hier hin. Ja, 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 ich hör dich schon miauen. Aber du musst auch hier hinkommen, liebe Katze. Damit wir dich hier entsprechend positionieren können. Willst du herkommen? Nein, okay, dann machen wir sie in der Ebene drunter. Dann will sie halt hier auf der Ebene bleiben. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Und was wir jetzt machen müssen, ist die Katze einmal in einen Minecraft zu bekommen. Was wir jetzt hier an die Seite schrieben. Auch das ist lustig. Die Katze kann nämlich genauso, wie es die Creeper auch nachher tun, hier natürlich runterfallen. Weil die natürlich auch davon ausgeht, dass hier volle Blöcke in der Nähe sind. Das heißt, wir müssen die Katze jetzt hier irgendwie mal reinsetzen. Hat gut geklappt. Dann schieben wir die mal an ihre neue Position, wo sie bleiben kann. Die kann sie nämlich jetzt nicht großartig ausbrechen. Und jetzt nehmen wir uns nochmal eine Trapdoor, setzen die hier hin. Und die Katze ist jetzt so in dieser Position hier im Minecraft gefasst. Durch das Name-Tag gesichert. Das heißt, hier ist jetzt keine große Gefahr, dass wir hier D-Spawn erleben. Und das gleiche muss ich jetzt nochmal mit den fünf anderen Katzen machen. Sodass wir nachher auf jeder Ebene eine Katze haben. Und die Nummer 3 ist jetzt drin. Und die Nummer 4, die Nummer 5, die Nummer 6 und die Nummer 7 ist jetzt angekommen. Was wir jetzt machen müssen, ist noch zwei Kleinigkeiten. Und zwar müssen wir einmal natürlich den Kill-Bereich bauen, wo letzten Endes die Creeper nachher beseitigt werden. Und wir müssen hingehen und den Bereich einmal Creeper-Spawn-Proof machen. Da hatte ich vorhin schon mal was zu erwähnt. Und zwar ist es so, dass jetzt hier Spinnen zwar nicht mehr spawnen können, aber jetzt noch Skelette und Zombies. Und um das zu verhindern, verändern wir jetzt einfach die Höhe des Innenbereichs. Sodass sie so hoch sind, dass jetzt hier drinnen bzw. unter dieser Plattform nur noch Creeper spawnen können. Auf allen Ebenen sind jetzt die Trapdoors gesetzt. Das heißt, wir können jetzt hier nur noch Creeper drinnen spawnen lassen, sobald wir die Beleuchtung entfernen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist letzten Endes das Aufsammelsystem. Und zwar wollen wir natürlich, dass die Creeper hier sterben. Die von oben könnten gegebenenfalls durch den Fallschaden sterben, der Rest nicht unbedingt. Und wir werden jetzt hingehen und hier unten runter zwei Blöcke, das machen wir jetzt gleich mal im nächsten Schritt, wenn wir uns hier mal einen Scaffolding geholt haben, um uns einfach mal so ein bisschen raufzubauen, werden wir hingehen, das Ganze zwei Blöcke nach unten ziehen. Und dann einfach eine Reihe abwechselnd aus Hoppern und den blauen Kämpfeuern machen, auf denen dann die Mobs sterben. Das heißt für uns, wir gehen jetzt hier nochmal hin, nehmen uns wieder unseren schönen Blackstone, pflanzen den hier irgendwie relativ zufällig rein, können das Ganze sogar auch knapp drei Blöcke machen. So, zack, 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 dann ist das Bauen hier etwas einfacher für uns. Und jetzt können wir auf diese untere Ebene hier einmal Hopper setzen, die lasse ich nachher nochmal in eine Kiste zeigen. Und darauf platzieren wir wiederum ein Campfire und ihr seht, wenn man hier drauf steht, bekommt man entsprechend Damage. Den gleichen würden die Mobs bekommen und sobald dann hier, zack, ja, am Item drauf landet, wird es hier vom Hopper eingesaugt. Geht nicht durch die Flammen kaputt und so haben wir dann einfaches Killsystem gebaut. Die letzten beiden Feuer fehlen noch und dann haben wir jetzt hier unseren Ring soweit fertig. Ihr seht schon, der zieht selbst hier mit einer halbwegs guten Rüstung, macht er ordentlich Schaden. Und ich muss gerade mal kurz gucken, dass ich hier jetzt nicht drauf gehe, aber man sieht schon, wie es hier funktioniert. Was jetzt noch fehlt, bevor wir es gleich in Betrieb nehmen können, ist natürlich, dass wir hier die Lichter ausschalten, uns nach oben auf den Turm begeben und dann mal mit dem Kamera-Account, den wir hier zur Verfügung haben, einmal schauen, ob alles soweit funktioniert. Das wird sicherlich jetzt gleich noch spaßig werden, hier die Fackeln zu entfernen. Ansonsten soll es aber das gewesen sein, die Creeper Spawn hier werden nach außen laufen und dann hier hoffentlich entsprechend gegrillt werden. Ganz wichtig ist natürlich, dass sich die Effizienz davon abhängig ist, wie viele Spieler hier mit online sind. Und das ist natürlich jetzt hier bei uns im späteren Verlauf von Craft Attack, sag ich mal, ganz angenehm. Denn wir sind hier natürlich jetzt wenig bis keine Spieler großteils der Spielzeit. Das heißt, die Effizienz dieser Farm sollte ausreichend sein, sag ich das mal ganz vorsichtig. Gut, ich entferne jetzt mal hier die Lampen, baue mich jetzt nochmal Stück für Stück hier über die Ebenen hoch und dann schauen wir mal mit dem Cam-Account, ich stelle mich gleich oben auf den Turm, ob unsere Creeper Farm so funktioniert, wie wir es eingeplant haben. Wie wir sehen, funktioniert die Farm jetzt hier ohne Probleme. Die Creeper Spawn fallen letzten Endes hier unten rein, sterben auf den guten Feuern und die Drops werden dann letzten Endes hier vorne in die Kiste transportiert. Die einzige Problemstellung, die ich hier gerade noch sehe, ist, dass diese Farm aktuell nicht besonders effizient ist. Woran das liegt, das kann ich mir noch nicht gerade wirklich erklären. Es könnten aber verschiedene Gründe sein. Ein kleiner Fehler, den wir noch haben, ist, dass wir hier und hier keine Teppiche platziert haben. Dementsprechend ist da noch eine Spinne drin, das müssen wir noch machen. Ansonsten ist es aber nicht so, dass wie ich eigentlich erhofft hatte und wie es auch normalerweise, wenn man die irgendwo mitten über dem Meer baut, tut, ist, dass hier eigentlich permanent Creeper spawnen und diese runterfallen. Ihr hattet als erstes vermutet, dass die kreuz und quer hier ringsherum spawnen. Das ist zum Beispiel jetzt hier vorne das Problem. Das reduziert natürlich die Effizienz. Das passiert aber tatsächlich nur bei diesen Elementen. Wenn wir jetzt hier mal unten reinschauen, sehen wir, dass in all den anderen Höhlen keinerlei Monster hier gespawnt sind. Und das heißt natürlich auch, dass eigentlich mehr Monster in der Farm spawnen sollten. Einen Ticken höher müsste ich jetzt vom AFK-Spawnpunkt noch gehen, damit die Farm besser funktioniert. Das heißt, ich werde den Spieler von hier gleich mal nach hier oben setzen. Das hatte ich aber vorhin schon ausprobiert. Nichtsdestotrotz ist die Farm nicht wirklich viel effizienter geworden. Eine gute Ursache, die darin liegen könnte, könnte hier sozusagen an oder im Craft Attack liegen. Und zwar haben die, wir haben es bei der Farm mit Kunga, also bei der Hexenfarm schon mal gesehen, haben die die Spawn-Algorithmen vom Original Vanilla Minecraft verändert. Und ich müsste noch mal in Erfahrung bringen, wie diese jetzt funktionieren, sodass ich hier sicherstellen kann, dass wir auch die optimale Position haben, wo wir uns als Spieler befinden, beziehungsweise AFK stehen. Ansonsten sieht hier soweit alles gut aus. Die Farm funktioniert. Wir kriegen auf jeden Fall genug Gunpowder dafür, wenn wir hier in zukünftig AFK rumlaufen, dass wir das dafür bekommen. Und somit sollte jetzt auch unsere Raketenfabrik, nenne ich sie mal in Anführungszeichen, quasi fertiggestellt sein. Zur nächsten Folge müssen wir dann noch dafür sorgen, dass wir hier einmal das Zuckerrohr automatisiert nach unten transportieren, hier irgendwie in den Turm Fahrstühle einbauen, dass man weiterhin hier nach oben auf den Turm irgendwie kommen kann. Und dann müssen wir all die Items mit ins Items-System einsortieren, sodass wir hier zwei weitere Silos mitfüllen können und dann zukünftig ganz einfach hier unten die entsprechenden Items rausnehmen, zu Raketen kombinieren und somit dann letzten Endes eine Art Raketenfarm betreiben können. Wie ihr gerade hören konntet, ist jetzt doch noch einiges zu tun. Das werden wir alles in den nächsten Folgen machen und ich möchte jetzt hiermit die Folge für heute beenden. Ich hoffe, diese kleine Folge zur Creeperfarm hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst gerne einen Kommentar für den Algorithmus da. Und ich sage jetzt an der Stelle ganz lieben Dank fürs Zusehen und sage bis zur nächsten Craft-Attack-Folge. Ciao, ciao!